hallo wir schreiben heute den 9 dezember und dürfen die tür nummer 9 öffnen klemmi hat das bereits gemacht und der wird es uns gleich präsentieren das sieht mal richtig geil aus ein kleines vogel häuschen ist der hammer mit kleinen vögelchen ich bin begeistert den restlos begeistert mit so wenig stein so tolle sachen machen der schafft gut über winter ja leute wir wünschen euch auf jeden fall einen schönen tag tschüss tschüss Vielen Dank.